Jürgen Ludwig Drews, geboren am 2. April 1945 in Nauen als Jürgen Ludwig Butler, ist einer der bekanntesten und beliebtesten Sänger Deutschlands. Er ist nicht nur für seine Hits bekannt, sondern seit vielen Jahrzehnten auch eine kulturelle Ikone, die mit der Musikunterhaltung verbunden ist. Drews erhielt den Spitznamen »König von Mallorca«, wo er regelmäßig auftrat und Menschenmengen aus der ganzen Welt anzog. Drews begann seine Musikkarriere schon in sehr jungen Jahren und machte sich durch Hits schnell einen Namen. Er ist berühmt für seine Fähigkeit, die Bühnenatmosphäre aufzupeppen und spannende Darbietungen zu schaffen. Die jahrelange künstlerische Tätigkeit von Jürgen Drews beeindruckte nicht nur durch seinen kommerziellen Erfolg, sondern auch durch seine Liebe zum Beruf, seine Begeisterungsfähigkeit und seine brennende Leidenschaft für die Musik. Doch hinter dem Rampenlicht der Bühne stand Jürgen Drews vor ernsthaften gesundheitlichen Problemen. Vor kurzem musste er dringend ins Krankenhaus eingeliefert werden, da ein Neuroblastom entdeckt wurde, eine seltene und sehr gefährliche Krebsart. Diese Krebsart hat ihren Ursprung häufig im peripheren Nervensystem, verursacht ein abnormales Wachstum von Nervenzellen und kann sich auf viele Organe im Körper ausbreiten. Die Diagnose der Krankheit stellte Drews vor einen harten Kampf um den Schutz seiner Gesundheit und seines Lebens. Zu den Symptomen dieser Krankheit können Schmerzen, Müdigkeit und eine Beeinträchtigung der Nervenfunktion gehören und sogar die täglichen Aktivitäten ernsthaft beeinträchtigen. Drews unterzog sich vielen aggressiven Behandlungen, darunter Operationen, Chemotherapie und Strahlentherapie, um das Wachstum des Tumors einzudämmen. Trotz einer schweren Krankheit bewahrte er sich einen optimistischen Geist und kämpfte stets für sich und seine Familie. Die Nachricht, dass Jürgen Drews mit einer schweren Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert wurde, schockierte Fans und Öffentlichkeit gleichermaßen. Viele Menschen brachten ihre Besorgnis zum Ausdruck und sandten ermutigende Worte und Gebete für seine schnelle Genesung. Drews war schon immer ein widerstandsfähiger Mann, und dieses Mal ist keine Ausnahme. Er teilte den Fans mit, dass er, egal wie schwierig es sei, nicht aufgeben und alles tun werde, um auf die Bühne zurückzukehren, wo er immerhin gehört. Jürgen Drews Karriere erstreckte sich über mehr als fünf Jahrzehnte und er hinterließ tiefgreifende Spuren in der deutschen Musikszene. Berühmt wurde er in den 1970er Jahren mit dem Hit »Ein Bett im Kornfeld«, einem Lied, das zum Symbol der Schlagermusik, einer in Deutschland beliebten Unterhaltungsmusikrichtung, wurde. Im Laufe seiner Karriere hat Drews viele erfolgreiche Alben veröffentlicht und mit jeder Veröffentlichung erregte er große Aufmerksamkeit beim Publikum. Drews ist nicht nur in der Musik erfolgreich, sondern auch für seine humorvolle, freundliche und zugängliche Persönlichkeit bekannt. Er bereitete seinen Mitmenschen immer Freude und widmete sich ständig der Kunst. Auftritte in Fernseh- und Unterhaltungsshows haben dazu beigetragen, dass Drews zu einem bekannten und beliebten Gesicht in den Herzen der Fans wurde. Die Begegnung mit einem Neuroblastom hat viele Aspekte von Drews' Leben verändert. Er war gezwungen, alle Auftrittsaktivitäten zu unterbrechen, um sich auf die Behandlung zu konzentrieren. Die Ärzte unternahmen große Anstrengungen, um ihn zu behandeln, aber dies war eine Reise voller Schwierigkeiten und Herausforderungen. Trotz der komplexen und gefährlichen Natur der Krankheit gab Drews die Hoffnung nicht auf. Er zeigte stets Widerstandskraft, nicht nur gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber seinen Lieben, die immer an seiner Seite waren und ihn unterstützten. Die Familie von Jürgen Drews, insbesondere seine Frau Ramona, spielte während seiner gesamten Behandlung eine wichtige Rolle bei seiner Fürsorge und Ermutigung. Ramona stand ihrem Mann immer zur Seite und half ihm durch die schwierigsten Zeiten. Sie ist eine Begleiterin und eine großartige Quelle der Ermutigung, die Drews hilft, mehr Kraft im Kampf gegen die Krankheit zu haben. Während seiner Behandlung erhielt Jürgen Drews viel Unterstützung von Kollegen, Freunden und Fans auf der ganzen Welt. Viele berühmte Künstler haben ihm ermutigende Worte geschickt und hoffen, dass er bald wieder genesen und zur Musik zurückkehren wird. Drews war sich auch der Liebe bewusst, die die Menschen ihm entgegenbrachten, und das gab ihm Kraft im Kampf gegen die Krankheit. Allerdings ist das Neuroblastom keine kleine Herausforderung und die Behandlungsreise von Jürgen Drews liegt noch in weiter Ferne. Er und seine Familie hatten mit vielen körperlichen und geistigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Trotzdem bleibt Drews stets optimistisch und glaubt, dass er alles überwinden kann, um weiterhin seinen Beitrag zur Musik und Kunst zu leisten. Die Fans von Jürgen Drews haben ein wachsames Auge auf seinen Gesundheitszustand und hoffen, dass er bald wieder gesund wird. Obwohl die Zukunft ungewiss bleibt, zeigt die Liebe und Unterstützung aller, dass Jürgen Drews in diesem Kampf nie allein ist. Er ist nicht nur ein talentierter Sänger, sondern auch ein Mann voller Energie, und trotz seiner Krankheit inspiriert er weiterhin seine Mitmenschen. Der Kampf gegen das Neuroblastom war eine schwierige Reise. Aber Jürgen Drews glaubt immer daran, dass er mit der Liebe und Unterstützung seiner Familie, Freunde und Fans in der Lage sein wird, beides zu überwinden und in seiner Musikkarriere weiterhin neue Höhen zu erreichen. Jürgen Drews steht derzeit vor gesundheitlichen Herausforderungen. Nach Angaben seiner Tochter Joelina, kämpft Jürgen mit einer neurologischen Erkrankung. Seit diesem Sommer ist er nach München gezogen, wo Joelina seit langem zu Hause ist. Die Tatsache, dass Vater und Tochter in derselben Stadt leben, bereitet Joelina große Freude, bringt aber auch Sorge um die Gesundheit ihres Vaters mit sich. Joelina teilt mit, dass dieser Übergang nicht nur dazu dient, einander näher zu kommen, sondern dass Jürgen auch die nötige Unterstützung und Fürsorge von seiner Familie erhält. Sie sagte, dass ihr Vater früher sehr stark gewesen sei, jetzt aber mit vielen Ängsten und Sorgen im Zusammenhang mit seiner Krankheit konfrontiert sei. Jürgen, der einst ein Symbol für Vitalität und Freude war, erlebt nun andere Gefühle und hinterlässt bei der ganzen Familie Verwirrung und gebrochenes Herz. Die neurologische Erkrankung, an der Jürgen leidet, hat nicht nur seinen Gesundheitszustand, sondern auch sein tägliches Leben verändert. Joelina hatte bemerkt, dass ihr Vater oft Schwierigkeiten hatte, einfache Aufgaben zu erledigen, was sie sehr beunruhigte. Sie verspürte das Bedürfnis, mehr an der Seite ihres Vaters zu sein und ihm bei jedem kleinen Schritt zu helfen. Diese Nähe gab Joelina nicht nur Trost, sondern half Jürgen auch, die Liebe und Unterstützung seiner Familie zu spüren. In den letzten Monaten musste Jürgen seinen Lebensstil an seinen aktuellen Gesundheitszustand anpassen. Er konzentrierte sich nicht nur auf die Behandlung, sondern fand auch Aktivitäten, die ihm Spaß machten, um optimistisch zu bleiben. Joelina ermutigte ihren Vater zu künstlerischen Aktivitäten wie Malen oder Musik hören, um eine positive Atmosphäre in der Familie zu schaffen. Diese Momente tragen nicht nur zur Entspannung bei Jürgen bei, sondern bereiten auch Vater und Sohn Freude. Obwohl sie weiß, dass der Weg, der vor ihr liegt, nicht einfach sein wird, hofft Joelina immer noch auf die Genesung ihres Vaters. Sie erinnert sich und ihren Vater immer daran, dass in jedem Sturm das Licht eines Regenbogens strahlt und die Familie immer ein starker Dreh- und Angelpunkt sein wird. Joelina glaubt, dass Jürgen mit der Liebe und Unterstützung seiner Familie diese Schwierigkeiten überwinden und die Gesundheit und Lebensfreude zurückgewinnen wird, die er einst hatte. Diese Reise ist nicht nur für Jürgen, sondern auch eine Lektion für Joelina über Liebe, Geduld und die Stärke der Familie in den schwierigsten Zeiten. Auch wenn sie nicht wissen, wie die Zukunft aussehen wird, wird die Liebe zwischen ihnen für immer eine starke Motivationsquelle sein und ihnen helfen, alle Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Die Geschichte von Jürgen und Joelina ist nicht nur eine Krankheitsgeschichte, sondern auch ein Beweis für die Kraft der Liebe und Ausdauer im Leben. Jürgen Drews steht vor einer großen Herausforderung in seinem Leben, der unheilbaren Polyneuropathie. Diese Krankheit beeinträchtigte nicht nur seine Gesundheit, sondern hinterließ auch tiefe Spuren im Herzen seiner Tochter. In einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift »Bunte« sprach Jürgen über seinen Kampf gegen die Krankheit. »Ich kämpfe mit meiner neurologischen Erkrankung, solche Tage gibt es immer«, gestand er. Natürlich macht es etwas mit einem. Für Jürgen ist es nicht angenehm zu sehen, wie er älter wird und mit den Schmerzen und Unannehmlichkeiten konfrontiert wird, die eine Krankheit mit sich bringt. Das sieht man oft, wenn man sieht, wie seine Eltern älter werden und vielleicht hier und da Schmerzen haben, eine Krankheit oder so etwas, das hat natürlich Auswirkungen auf einen, sagte er. Sein aufrichtiges Teilen spiegelt nicht nur die harten Wahrheiten des Lebens wider, sondern zeigt auch die Kraft der Familienliebe. Jürgens Tochter, die den Schmerz und die Müdigkeit ihres Vaters nicht nur liebte, sondern auch spürte, wuchs in einem liebevollen, aber schwierigen Umfeld auf. Sie war Zeuge der Veränderung ihres Vaters, von einem lebhaften, energiegeladenen Künstler zu einem Mann, der Schmerzen ertragen konnte. Dies machte sie nicht nur reifer, sondern half ihr auch, den Wert des Lebens, der Liebe und der Stärke der Familie besser zu verstehen. Jürgen Drews ist nicht nur Künstler, sondern auch Vater und Vorbild für seine Tochter. Er lehrte sie, jeden Moment mit ihrer Familie zu schätzen und dass, egal wie schwierig das Leben auch wird, Liebe und Unterstützung von geliebten Menschen immer die größte Motivationsquelle sein werden. Die traumatischen Erlebnisse, die Jürgen durchgemacht hat, wurden zu einer wertvollen Lektion für ihre Tochter und halfen ihr zu erkennen, dass es im Leben nicht nur um wunderbare Dinge geht, sondern auch um Herausforderungen, denen sich jeder stellen muss. Auch wenn er gegen seine Krankheit kämpft, behält Jürgen seinen Optimismus und seine Entschlossenheit. Er hofft, dass er durch das Teilen seiner Geschichte anderen helfen kann, die mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Wie er sagte, können schwierige Tage kommen, aber das Wichtigste ist, niemals aufzugeben und in den dunkelsten Momenten immer nach dem Licht zu suchen. Das Leben stellt uns vielleicht vor Herausforderungen, die wir nicht kontrollieren können, aber es ist die Art und Weise, wie wir auf diese Herausforderungen reagieren, die uns wirklich prägt. Jürgens Mut, sich der Krankheit zu stellen, inspirierte nicht nur seine Tochter, sondern auch viele andere. Er ist der lebende Beweis dafür, dass das Leben zwar voller Schwierigkeiten sein kann, Belastbarkeit und Liebe jedoch immer wichtige Faktoren sein werden, die uns helfen, alle Herausforderungen zu meistern. Jürgen Drews ist nicht nur ein Künstler, sondern auch ein großartiger Vater, ein Mann, der ständig für die Dinge kämpft. Special kennenzulernen, den Sie gestern ja noch nicht gesehen haben. Micha, du bist Lehrer und Medienpädagoge und Rektor an der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe. Schön, dass du heute da bist. Ja, von mir einen schönen guten Abend. Ich freue mich auf die spannende Runde heute, auf den Austausch und Grüße aus Karlsruhe. Moin, sagen wir hier oben. Ich möchte eine Sache noch vorstellen. Es gibt die Möglichkeit, während wir jetzt